Hallo, ich bin Frank und begrüße dich zu diesem Tutorial, wie baue ich eine Seite mit SparkPage. SparkPage ist ein Online-Angebot, mit dem du unkompliziert Webseiten gestalten kannst. Du brauchst dafür keinerlei Programmier- und Designkenntnisse. Was du hier gerade siehst, ist unsere Beispielseite, die wir für unser Projekt angelegt haben und die ich gleich für dich größtenteils nochmal nachbaue. Was erwartet dich? Ich zeige dir, wie du dich bei SparkPage anmeldest und welche Möglichkeiten dir SparkPage bietet. Titel und Text, Bild und Videos und Buttons mit Links zu anderen Seiten nämlich. Und zum Abschluss zeige ich dir noch zwei Bildelemente, die richtig toll wirken. Und natürlich, wie du deine fertige Seite veröffentlichst. Bevor du anfangen kannst, musst du dich bei SparkPage anmelden. Wie geht das? SparkPage ist ein Werkzeug der Plattform Adobe Spark, die wir kostenfrei nutzen können. Im Browser gibst du also spark.adobe.com ein und kommst so zu dieser Plattform hier. Um die Anwendung von Adobe Spark zu benutzen, brauchst du eine Adobe-ID. Wenn du noch keine ID hast, melde dich einfach mit einer Mail-Adresse an. Das machst du bei Start now for free. Sign up with E-Mail. Dann kannst du sofort loslegen. So, ich bin bei Adobe Spark angemeldet und möchte eine Internetseite erstellen. Wie du siehst, gibt es für Seiten und Videos hier verschiedene Vorlagen. Die haben schon voreingestellte Designs. Aber ich möchte die Internetseite lieber komplett selber bauen. Deshalb scrolle ich nach ganz unten und klicke auf Create a Webpage. Und habe direkt das erste Element vor mir, den Titel. Hier kann ich eine Überschrift und einen Untertitel eingeben. Ich klicke die Schrift einfach an und tippe den Text ein. Das gleiche mache ich auch beim Untertitel. Das sieht noch ganz schön grau und traurig aus. Ich möchte ein schönes Hintergrundbild haben. Dafür klicke ich auf das Plus hier unten und wähle Foto aus. Ich habe Fotos auf meinem Rechner von der Plattform Pixabay. Das ist eine Bilderplattform, die Fotos unter einer Creative Commons Lizenz zur freien Verfügung stellt. Die kann ich also benutzen für meine Seite. Ich habe mir damit einen eigenen Ordner mit Bildern auf meinem Computer angelegt. Und diese Bilder will ich jetzt für die Website benutzen. Deshalb klicke ich auf Upload Photo und wähle eines meiner Bilder aus meinem Ordner aus. So, jetzt haben wir schon einmal einen ansprechenden Titel. Wie kann ich nun etwas Neues einfügen? Dazu scrolle ich einfach runter. Auf dem Plus habe ich dann verschiedene Elemente zur Auswahl. Foto, Text, Button, Video, Photo Grid, Glideshow und Split Layout. Ich zeige dir jetzt ein paar davon. Ich möchte zunächst ein Text-Element haben. Ich klicke also auf Text. Es erscheint ein Textfeld und hier kann ich den Text eingeben. Es gibt ein paar Textverarbeitungsoptionen, zum Beispiel um den Text kursiv oder rechtsbündig zu machen. Ich entscheide mich für die Überschrift H2, weil die schön groß ist. Überall wo ein Plus ist, kann ich neue Elemente einfügen. Und ich möchte als nächstes ein schönes Bild haben. Ich klicke also das untere Plus an und wähle Foto. Nun habe ich wieder verschiedene Möglichkeiten, ein Foto zu finden. Ich habe hier Zugriff auf verschiedene Cloud-Dienste, wenn ich das möchte, wenn ich die eingerichtet habe. Es gibt aber auch eine Bildersuche. Find Free Photos. Hier gebe ich mal einen Suchbegriff ein. Und SparkPage sucht automatisch Creative Common Bilder auf verschiedenen Internetplattformen. Das sind, wie gesagt, freie Bilder, die ich auch für meine Seite bedenkenlos verwenden darf. Ich gehe aber wieder auf Upload Foto und wähle eines meiner eigenen Bilder. Wenn ich das Bild anklicke, kann ich es noch auf der Seite verschieben, ersetzen oder löschen. Ich kann auch verschiedene Darstellungsformen auswählen. Probiere die einfach mal aus. Ich entscheide mich für Fill Screen. Da habe ich nämlich noch so eine kleine transparente Box im Bild, in die ich was reinschreiben kann. Wunderbar! Jetzt sieht unsere Webpage schon richtig klasse aus. Was machen wir als nächstes? Ich zeige dir, wie du Video-Links einbettest und wie du Buttons erstellst, die Links zu anderen Seiten beinhalten. Ein Video einbetten geht ganz einfach. Ich wähle Video aus. Es öffnet sich ein Fenster, in das ich einen Link eingeben und zu einem Video auf YouTube, Vimeo oder Spark Video verlinken kann. Ich gebe die Adresse eines YouTube-Videos ein, klicke auf Save und da ist unser Video. Ähnlich funktioniert das mit den Buttons. Ein Button ist ein Knopf, der die Besucherinnen und Besucher meiner Seite zu einer anderen Seite führt. Ich möchte gerne einen Link zur Adobe Spark-Page-Seite machen. Ich wähle Button. Es öffnet sich das Fenster Add a Button und hier muss ich jetzt zwei Dinge eingeben. Der Buttontext ist auf dem Button auf der Seite zu lesen. Da soll stehen zu Adobe Spark einfach. Und in die zweite Spalte füge ich die Link-Adresse zu der gewünschten Seite ein. Ich kann noch auswählen, ob der Button links, in der Mitte oder rechts erscheinen soll. Ich möchte ihn in der Mitte haben. Klicke auf Save. Und da ist unser Button. Jetzt kennst du schon eine Menge Elemente und kannst im Prinzip schon eine eigene Spark-Page basteln. Ich zeige dir zum Abschluss noch zwei Elemente, die Bilder und Text kombinieren. Und die musst du nicht benutzen, aber die wirken sehr, sehr gut. Schön und übersichtlich ist das Split-Layout. Hier habe ich zwei Seiten und möchte auf der linken Seite ein Bild einfügen und auf der rechten Seite etwas schreiben. Also dasselbe wie eben, ich wähle Foto und lade ein Bild hoch. Und wähle auf der anderen Seite Text und tippe ihn ein. Fertig. Wenn du Bilder im großen Format zur Geltung bringen möchtest, eignet sich dafür die Glide-Show. Hier kannst du mehrere Fotos auf einmal auswählen, die dann alle in der Glide-Show erscheinen. Ich lade also die Bilder in der gewünschten Reihenfolge in die Glide-Show. Das mache ich mal jetzt ein bisschen schneller. Und dann klicke ich auf Save. Und so wirkt das dann. Wie du siehst, habe ich in jedem Bild noch eine weiße Box. Hier kann ich wieder verschiedene Dinge einfügen, Text, Videos oder Buttons. So, jetzt weißt du, was alles mit SparkPage möglich ist. Wenn du dir die Seite anschauen möchtest, so wie sie dann auch veröffentlicht wird, klicke oben auf Preview. So sieht unsere Seite jetzt für Besucherinnen und Besucher aus. Ganz unten wird noch ein SparkPage-Element eingefügt. Und das ist auch gut so, denn so kommen die Besucherinnen und Besucher der Seite zu Adobe und können dort bei Bedarf das Impressum und die Datenschutzerklärung einsehen. Aus dieser Ansicht komme ich wieder raus, indem ich oben rechts auf das X klicke. Die Seite zu veröffentlichen geht fast genauso schnell. Ich klicke auf Share, Teilen, Publish and Share Link. Bevor ich jetzt einen Link zu der Seite erzeugen kann, muss ich noch eine Kategorie auswählen, sonst klappt es nicht. Ich wähle Education und klicke auf Create a Link. Und damit veröffentliche ich die Seite im Internet. Das war unser Tutorial zu SparkPage. Ich hoffe, ich konnte dir helfen. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen.